Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Einfache Fragen, schwere Fragen und einfache Antworten, die gibt es im Leben oft leider nicht. Das Leben ist komplex und wir sind komplex und kompliziert manchmal auch. Man versteht sich ja manchmal selber gar nicht, warum habe ich in dem Moment so reagiert und nicht anders. Und man schämt sich dann auch dafür. Und ja, man kann auch um Verzeihung bitten oder um Vergebung bitten, auch wenn derjenige nicht anwesend ist, anwesend ist, die Anwesenheit fehlt, ja, anwesend ist. Man kann im Prinzip ins Universum sozusagen die Entschuldigung geben. Und vor allem ist aber das wichtig, was man daraus gelernt hat, dass man das dann versucht, nicht wiederzumachen. Aber vergebe dir auch die Fehler. Vergebe das auch. Du darfst Fehler machen. Ja, wir sind auf der Welt, um Fehler zu machen wahrscheinlich auch. Und es sind auch so viele Sachen auf der Welt, die uns auch wehtun, wie Kriege zum Beispiel. Kriege, die gibt es schon seit Menschengedenken. Aber warum? Die Kriege im Großen und dann auch die Kriege im Kleinen, das Mobbing zum Beispiel. Wir haben doch alle eine Seele. Warum tun wir uns gegenseitig weh? Warum tun wir uns das an? Und manchmal will man anderen nicht wehtun. Das geht ja bestimmt auch so. Und das geht mir so. Und das geht ihm. Manchmal will man das nicht. Und manchmal merkt man es gar nicht. Und im Nachhinein fragt man sich auch, warum habe ich so reagiert? Also es sind, ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch von irgendwo noch, ja, nicht nur vom Inneren gelenkt werden, sondern auch Fremdenergien außen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es so. Also, denn manchmal ist es unerklärlich, wie man reagiert hat in einer Situation. Aber vielleicht muss man sich auch sagen, ich kann nicht auf alles eine Antwort kriegen. Oder ich kann mir selber nicht auf alles eine Antwort geben. Das geht einfach nicht. Ich kann nicht alles begreifen. Vielleicht ist das einfach so, dass ich auch nicht alles begreifen kann. Dafür sind wir Menschen vielleicht auch zu klein oder, ja, und dann heißt es immer, du bist Schöpfer. Du bist Schöpfer deines Lebens. Und wie Glück ist keine Glückssache oder jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das ist auch nur bedingt. Hat dich das auch schon manchmal genervt, dieser Spruch? Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Das ist nur bedingt so. Also, das, ja, ich denke mal, das, wir leben ja nicht auf einer Insel, wo man ganz alleine alles bestimmen könnte. Und selbst da ist man auch von wetterabhängig zum Beispiel oder von irgendwas. Also, auf einer einsamen Insel, ne. Also, das ist, man hat immer Menschen um sich herum, Kommunikation und, ja, das ist alles nicht so einfach. Und es gibt, ja, viele, viele Ratschläge und viele Bücher kann man lesen. Und trotzdem steht man sich immer wieder, oder manchmal steht man wieder am Ausgangspunkt und weiß nicht weiter. Und dann ist es wichtig, zur Stille zu kommen, um einfach die Reinigung der Gedanken und mal ein Stopp der Gedanken, vor allem auch, und auch der Gefühle, der Emotionen, die einen manchmal auch runterziehen. Auch das, dass man einfach absolute Stille und nur zum Beobachter wird. Und da ist Natur sehr hilfreich. Geh in die Natur, aber manchmal, ja, kann man das auch nicht genießen, richtig, ne. Und wenn man in so einem ganz tiefen Tal drin ist, kann man das auch nicht immer genießen, ne. Umgang mit komplizierten Menschen, mit Verständnislosen, sei einfach du selbst. Bleib ganz einfach bei dir. Und lass dich nicht verunsichern. Bleib einfach, so wie du bist. Menschen auch die Mauern bauen um sich herum, Fassaden um sich bauen und dich vielleicht auch noch abwerten. Denk immer dran, es ist nicht deins. Sie werteln sich selber ab, auch bei bösen Blicken, unfreundlichen Blicken, mürrischen Blicken. Es ist nicht deins. Diese Menschen haben mit sich selber zu tun. Tun aber oft, als wäre es nicht so, ne. Und bauen Mauern und Fassaden um sich herum auf. Und auch wenn du hochsensibel bist. Und auch bei lieben Menschen oder bei netten Menschen, die dich vielleicht nicht verstehen können, ist ja klar, jeder ist anders. Jeder Mensch ist anders und deswegen kann dich auch manchmal nicht verstehen. Das ist ganz klar. Aber komm dann so schnell wie möglich wieder in deine Mitte. Und das gelingt natürlich durch ruhig Atmen, durch solche kleinen Tricks wie Mudra, mit diesem Finger, den Daumen auf den Zeigefinger. Einfach, was dir Halt gibt. Suche etwas für dich heraus. Oder wenn du, wenn du stehst, wenn du stehst oder sitzt, dann einfach den Boden spüren unter deinen Füßen. Das geht auch mit Schuhen und mit Socken. Also musst du nicht nur barfuß sein. Das sind manchmal ganz kleine, wie so ein Mudra, das gibt uns Geborgenheit, einfach Daumen und Zeigefinger. Und dann kannst du dir in ruhigen Zeiten, wenn du zu Hause bist, dieses Zeichen immer wieder für dich sozusagen in deine Gedanken und auch in dein Fühlen und der Körper macht das ja. Und dann kannst du das immer wieder integrieren und in guten Zeiten, sag ich mal, in ruhigen Zeiten zu Hause das probieren und dir damit die Geborgenheit geben. Also ich halte das jetzt hoch. Du kannst das nicht so, dass du die Hand runter machen oder in die Taschen, Jackentaschen oder Hosentaschen stecken. Aber immer dieses oder die Hände beieinander. Manche machen es auch so vielleicht. Das ist ein unerfälliges, wenn du das in deiner, wenn du dieses Mudra machst oder dieses, die Hand, den Daumen an den Zeigefinger legen. Nur, das ist, kannst du ganz, wenn du das neben dem Körper hängen lässt, die Arme sozusagen, kannst du das auch ganz unerfällig machen. Und du kannst dir damit eine gewisse Geborgenheit geben, wenn du dich nicht sicher fühlst. Oder wenn so ein Trigger aufkommt, dass du das also blitzschnell dann für dich selber machst, dieses Mudra oder was auch immer. Also ich habe verschiedene Methoden da, verschiedene Möglichkeiten und die bringe ich dir gerne in andere Videos auch noch. Und du denkst, du bist nicht wertvoll genug, du bist nicht gut genug. Aber du bist gut. Du bist so viel mehr als dein Gewicht oder deine Ohren, deine Schiefen oder was weiß ich. Du bist viel mehr. Du bist schön. Jeder Mensch hat was Schönes an sich, mindestens ein was. Jeder Mensch. Ob charakterlich oder vom Aussehen her. Und jeder Mensch hat Talent. Auch du hast Gaben. Du hast wertvolle Gaben, die du an andere vielleicht auch weitergeben kannst und die anderen nützlich sind. Glaube an dich im Guten. Und deine Glaubenssätze, die dich runterziehen, die musst du mal überprüfen. Das ist wichtig für deine Gesundheit, für dein Wohlergehen. Die Glaubenssätze, die machen uns nämlich immer kaputt, die machen immer einen Strich durch die Rechnung. Du bist schön. Du bist schön. Du bist schön. Glaube an dich. Und du bist wertvoll. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von ganzem Herzen. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie immer der Hinweis. Ich bin kein Arzt oder Therapeut. Ich gebe hier nur meine Erfahrungen wieder und ich kann dir nicht garantieren, dass sie dir helfen, gesünder zu werden oder gesund zu bleiben und auch nichts versprechen. Weitere Informationen über mich kannst du gerne auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gerne meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.